50 stück sammeln alter ich bin nicht für mich hier piste brenn 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 wie oft kannst du bitte deine rote einsetzen nicht auf dem ist ja fast immer dabei nicht auf aber wieder wenn sie sich schnell auf die das habe ich habe ich den ok ja fängt euch hauptsache beides xp auch mit dem uni aus und die leben auch was leben oder muni leben ich habe 85 und 44 aber mein skill der wird gleich wieder ja war klar ist irgendwie wenn ich tönen kann da ok es geht aktiviert mein hp werden gerägt meine nicht leute ich habe hier gerade echt scheiß probleme auch ich dachte dein skill macht was so heftig bin ich auch wieder nicht doch finde ich schon nicht aufgepasst lol die fliege in der luft hinter dir die skatz guck mal da oben die baggen ist das geil die baggen in der luft hä lol dann aber trotzdem ein kaputter Haus ja und von hier unten kann ich nicht mal an sie rankommen doch da leute ja blickt mich mal einer wieder ich habe dann gleich tut ja nicht also ja deswegen finde ich multiplikatoren so geil also beziehungsweise feuerschaden ja weil feuerschaden habe ich ja hier mit meiner pistole und die macht gerade nicht sehr viel schaden ja wenn man noch anscheinend mehr jetzt meinen ach stimmt doch wenn ich ich sage mal so die pistole macht 19 schaden das nachladen ist das schlimme an meiner waffe sonst wäre die gar nicht so extrem schlecht und das scope ist kacke ich habe keine granaten geworfen ich aber leute was ja vorsicht also hier kann man gut exp fahren keine muni mehr gar keine für meine smg müssen wir noch haben ach nee die smg wo was ich denn die smg das ist eine piste warum habe ich eine piste bei mir scheiß auf piste voll in den arsch gepfistet ja nek hier liegt an den arsch voller muni liegt hier rum ja ich ich nahm mir doch schon wo bist du halt das nervigste ich bin der einzige der hier richtig frisst wow fuck hinter uns ist doch noch einer hä? oh man kann da drauf scheißen ne hm was hast du eigentlich für nen shield jannik keine ahnung ähm 150 ok was macht deine waffe für nen schaden sag mal äh äh 38 ich habe eine die macht 40 schaden plus 18 feuerade und das ist ne rifle ja wie per wo hast du die her? ich weiß nicht habe ich irgendwann aufgesammelt ah oh ich wusste nicht dass ich die hey ich hab scheiß waffen bibo guck doch nicht mal in sein inventar und er hat ne rifle drin die besser sind als meine ja entschuldigung ich war grad am kämpfen kollege ja beim kämpfen nimmt man aber auch nicht auf bibo punkt für jannik entschuldigung wenn ich munition snitche schon habt ihr euer tächtel mächtel jetzt hinter euch? heils maul jetzt pfff aah mit dir reden wir gar nicht erst hey und hier ist ne waffenkiste mal ruf was haben wir denn da? das sieht aus noch was für mich neid mal mit war 2 wow alter kollege das ist ne geile waffe wie war das mit overpowered waffen? terrible shredder meine alter hier kann und zwei granaten für mich wir können mich 25 also mal 11 warte mal da hinten stehen banditen da hinten stehen banditen da geh ich nicht rein und ein clap drap schlechter schlechter snipe oh nade neb heute neb heute ich sag doch schlechter snipe warte lass den oh mann pfff hauptsache er ist doch mit erstes geld einfach voll dran denkt mich zu heilen kann mich mal einer heilen ich kann nicht grad ah jetzt Ich hab auch noch eins gebraucht Achso, ich hab keine Granaten mehr, scheiße Ach, ich aber Aua Egal, ich werf trotzdem mal ne Granate Geht nicht Oh Kawasaki, ich bin jetzt einfach mal Das Himmelfahrtskommando Was ist das denn hier? Oh, so lässt sich das doch feiern Hier, Nitz, ich hab ein Medipack Ja, scheiße, ich hab doch gerade jetzt aufgesandt Hey, lass mir den Schläger Kamei, kaputt Warte, so, oh, yes Achso, ja, sag das doch, das hab ich doch nicht gesehen Janik, was ist mit dir? Das schaff ich nicht Ja, dann komm ich jetzt zu dir Ja, hat sich erledigt Nein, hat sich nicht erledigt Scheiße, war knapp Lass mir den Schläger Jetzt Warte, ein Schuss noch Oh, fuck Das war's für mich Ja, das ist eine für dich Schaffst du das? Jop Sammle mal schnell die Waffe da jetzt auf Ja, warte mal Oh, hier sind aber ziemlich viele Waffen rum Meins Und hier ist eine Waffenkiste, Leute Oh, Hammer Hier ist eine Pistole Die ist kacke Ja, nimm du die Die ist kacke, hey, nimm du die Ja, Entschuldigung, kann man verkaufen Denn hier, hier liegt eine Granaten-Mod Oh, ich brauch jetzt nur noch Mutti für meine Waffen Dann wär's vielleicht alles Mit dem Clap-Trap, so Clap-Trap retten, jop, machen wir Dann zieh die Quest rein Moment Das ist 48, oh, ich hab' auch durch Schade, dass die keinen Scope hat Naja, egal Ja, egal, das ist ja eine SMG, da musst du ja eigentlich noch einen Lauflang zählen Ne, so ein Miniscope, oh, schon wieder was für mich, oder? Ne, ja Da kommt ein Midget Der kommt rum, der kommt rum Nein, hier liegt eine Stratze, das ist Heddy's Nice Sagen wir mal ein paar Kristalle ein, ne? Oh, ein Midget Oh, ich hab' aus Versehen irgendwas für dich aufgesammelt, Janik, kriegst du gleich Ja, gucken wir gleich Erstmal den Schläger da kaputt machen und alle anderen Oh, Heddy Ja, fuck Scheiße Diesmal weiter Geht nicht, kann aus dieser, kann aus dieser Position nicht schießen Und hab eh keine Muni mehr Da noch Muni? Nein Da noch Muni? Nein Ja, ich bin out of, äh, out of ammo, ich hab nichts mehr Oh, ein Glöck hab ich den getötet Ich hab' aus Versehen für dich was angesammelt, Janik, kriegst du gleich Das ist scheißegal, ich bruch' erstmal Ammo, sonst wird hier nichts mehr um mir Oh, fuck Yes Oh, ich brauch' Aufhilfe, ich kann mich nämlich nicht mehr wehren, ich hab' keine Waffen mehr Heddy, nimmst du ihn? Jo, das ist kein Problem Ne, jetzt, dann kannst du mich kurz verrasen, wie wär' das denn? Wo, wo bist du denn? Hinter dir direkt Ich dachte eigentlich, nimmst du ihn mit dem Sinne von nimmst du Janik, aber okay Was, wieso bin ich Pfff, hast du eh gedrückt, Bibo Wieso wurde ich zurückgeportet, nein Goddammit, you get up Ich hab' gar nichts gedrückt, warum wurde ich zurückgeportet, wie so ein Scheiß Fuck, warte, wegklicke ich Schast, schast du? Sag mir Scheiß, wenn nicht Okay, nimm mal, heil mich Ich nimm ihn Danke Kleiner Ruhe und so, ja Mich zurück nach Hause schicken, ich glaub's ja wohl Guck, dann wollen wir mal gucken, was, weil wir haben für Janik ja das aufgesagt Ja, die muss erst mal gucken nach Munition, weil ich bin, äh Hey, hier liegt ne Schrotze für dich Wo denn? Uh, hier Janik, das ist ne Subzone, die macht nur 21 Schaden Verhalt Ach da, hier, hab ich schon Guckst du, was ist hier? Na, ist im G23, ach Ach, Muni Also, ich hab' hier Ich brauch' Ich brauch' Ich hab' hier was Schönes für dich, ich hab' hier einen Ähm Eine KKR 130 Static SMG Macht einmal, äh, Static Schaden und hat Schaden 22 Nein, nochmal, ich hab' grad' nicht aufgepasst Ich hab' eine SMG für dich, die macht statischen Schaden mal 1 und hat Schaden 22 Plus 55, Nachladegeschwindigkeit Ja, auch rüber Und, äh, willst du einen Repeater haben? Ich hab' genug Waffen Okay Weil sonst hab' ich hier einen Repeater, der 26 Schaden macht Und ich hab' hier noch, äh, ne Rifle Die macht 37 Schaden Ne, meine beiden Rifle machen jetzt 48 und 42 Alles klar, gut Noll Nils hast du das gesehen? Wollt ihr mitkommen? Wir bleiben jetzt hier Ich will mich erstmal heilen Jetzt hier kein Automaten oder so Nein, ich hab' mir Medikits gekauft Oh, Muni, Muni, Muni